Wir kommen beim zweiten Kapitel, dem ersten Inhaltliches, dem Zahlzeichen und dem Rechnen. Eigentlich geht es hier um Zahlzeichensysteme, nicht um Einzahlzeichensystem, denn davon waren im antiken Griechenland gleich zwei gebräuchlich. Das erste Zahlzeichensystem ist das sogenannte Akrofonische. Das funktioniert eigentlich ähnlich, wie wir es aus dem alten Uruk bei dem Protokalschriftsystem kannten und im Ägypten, beziehungsweise wie es dann ursprünglich auch im Rom üblich war. Wir haben eigene Zeichen, also neue Zeichen, immer für Einer, Zehner, Hunderter, Tausender und hinzu kommen jetzt eben auch noch, so ähnlich wie bei den Römern, Zeichen für Fünfer, Fünfziger, Fünfhunderter und so weiter. Wir schreiben also so eine Acht jetzt schon durch Wiederholung, dreimal einen Einser hinschreiben und dann einmal so einen Haken für einen Fünfer. Das ist eben so die gewisse Abkürzung, dass wir dann nicht neun diese Einzelstriche hinschreiben. Aber sonst funktioniert das auch nicht anders als ägyptisch oder protokalschriftlich. Es gibt hier nicht dieses, was es dann bei den Römern gab, dass wenn man die Eins hinter die Fünf geschrieben hat, die Eins dann von der Fünf abgezogen wird. Ja, das ist dieses Zahlzeichensystem. Das zweite Zahlzeichensystem ist das sogenannte Milesische oder Alphabetische. Das entwickelt sich so in etwa parallel zeitlich mit dem Ersten, also so um circa 500 vor unserer Zeitrechnung. Und parallel entsteht überhaupt auch das griechische Alphabet. Und beide Systeme nutzen so auf etwas unterschiedliche Art und Weise dieses griechische Alphabet. Dieses Alphabetische oder Milesische benutzt das aber noch deutlich intensiver. Auch das Milesische System ist dabei anders als das Keilschriftzahlsystem kein Positionssystem. Das funktioniert im Prinzip so. Für die ersten neun Zahlen nehmen Sie als Ziffern die griechischen Buchstaben Alpha bis Theta. Jetzt werden einige von Ihnen, die ein bisschen griechisch können, vielleicht sagen, das sind ja gar keine neuen Buchstaben. Aber stimmt, da ist noch so ein veralteter Buchstabe dabei, das ist das Digamma. Also das ist jetzt erstmal das, wie es von eins bis neun geht. Jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt geht das weiter. Von zehn bis neunzig schreibt man Jota bis Koppa. Das auch wieder. Das Koppa, das ist so ein Zeichen, was es eigentlich nicht mehr gibt im griechischen Alphabet. Aber sonst einfach dem Alphabet nach weiter bis neunzig. So, und jetzt geht das nochmal weiter, wenn wir bei neunzig sind. Wenn wir jetzt neunneunzig schreiben, ist klar, dann schreiben wir halt in diesem Fall Koppa und dahinter dann Theta. So, und hundert, da geht es jetzt wieder weiter im Alphabet roh bis Omega. Und dann gibt es nochmal wieder so ein veraltetes Zeichen, das ist das San oder Sampi. Das ist quasi das Zeichen für die neunhundert. So, also haben wir jetzt quasi für die Einer, für die Zehner und für die Hunderter haben wir eigene Ziffern, die eben diese entsprechenden Buchstaben aus dem Alphabet sind. Und erst ab der Tausend wird dann angefangen mit einer Positionierung, beziehungsweise wird da eben wieder mit Alpha weitergeschrieben. Jetzt gehen die ganzen Tausender durch. Um aber dann klar zu machen, dass das Tausender sind und dass das jetzt nicht wieder Einer sind, macht man da noch so einen kleinen Strich dran. So, somit kommt man dann ja dann schon bis tausend, neuntausend. Jetzt können Sie wieder weiter überlegen. Aha, jetzt kämen wir eigentlich auch bis neunzigtausend. Das macht man aber nicht. Da bleibt man jetzt tatsächlich dabei, dass man sagt, man schreibt dann für das neuntausend noch das Theta mit dem Strich. Aber beim neunzigtausend fängt man an und sagt, okay, die Zehntausender, die markieren wir mit einem M. Und wenn wir über das M ein Alpha schreiben, dann heißt das neunmal das M. Einmal, Entschuldigen Sie, einmal das M. Und jetzt geht das so weiter bis unten runter. Neunzig ist dann eben wieder hier Theta mal das M, Theta über das M geschrieben. Das ist neunzigtausend. Und jetzt wird das so weitergehen. Und damit können wir tatsächlich Zahlen darstellen bis neunneunzig Millionen neunhundertneunneunzigtausend. Und kommen da aus mit den Zeichen hier des griechischen Alphabets, was hier so etwas erweitert ist, wenn man sich das überlegt. Wir haben ja jetzt hier siebenzwanzig Zeichen, die verwendet werden. Und das µ wird quasi in doppelter Weise verwendet. Das µ wird einmal als Zeichen für die 40 verwendet. Und dann wird es aber auch mit diesen darüber geschriebenen Zeichen verwendet als Zeichen für die Zehntausender. Ja, da gibt es auch eine kleine elektronische Übung dazu, dass Sie sich mal ein bisschen anschauen, wie diese Zahlen eigentlich funktionieren. Um Ihnen dann auch mal ein historisches Dokument herzuzeigen, wo solche Zahlen drauf sind, das wäre diese Multiplikationstabelle. Das ist eine Wachstafel, die so auf 200 vor unserer Zeitrechnung datiert wird. Wir transkribieren die jetzt wieder. Der Pichot hat das für uns schon mal gemacht. Der Pichot hat also erstmal diese etwas krakelige Handschrift da in der mittleren Spalte so sehr schön übersetzt in ordentliche Großbuchstaben griechische. Und dann sehen Sie Alpha, 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 Beta, Alpha, Beta, dann Beta, Beta, Delta. Ja, und wenn man das wieder übersetzt in Zahlen, dann sieht man Alpha, Alpha, Alpha ist 1, 1, 1. Beta, Alpha, Beta ist 2, 1, 2. Beta, Beta, Delta ist 2, 2, 4. Und wenn man das so durchgeht, sieht man, dass die ganze Spalte, die da so runterläuft, wenn man da runtergeht, das ist einfach das kleine 1 mal 1 mit der 2 bis zur 10. Und dann daneben haben Sie das kleine 1 mal 1 von der 3 bis zur 30. Könnte auch wieder so eine Schulübung oder Strafarbeit gewesen sein, wo das eben einer in das Wachs ritzen musste. Man muss leider auch wieder sagen, zum algorithmischen Rechnen taucht auch dieses Zahlzeichensystem nicht. Das ist ja auch wieder so ein halbertes Positionssystem. Man bräuchte eigentlich ein Stellenwertsystem, ein gescheites, damit man algorithmisch gut rechnen kann. Und das gibt es halt in diesem Kulturkreis dann erstmal nicht. Und was verwendet man dann? Naja, wie fast immer, einen Abakus. Der spezielle griechische Abakus, den Sie hier sehen, der heißt auch Salaminische Tafel. Das ist so ein Felder-Abakus, der in ganz ähnlicher Form noch bis ins späte Mittelalter, sogar bei Adam Ries, benutzt wurde. Da gibt es eben das Rechnen auf den Linien. Das ist dieses Rechnen mit dem Abakus. Und dann gibt es als Alternative das Rechnen mit der Feder. Das ist das Rechnen mit diesen neuen indo-arabischen Ziffern. Aber das hat lange gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Da hat es teilweise auch religiöse Widerstände gegeben, mit den indo-arabischen Ziffern zu arbeiten. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Uns soll es mal darum gehen, wie funktioniert eigentlich das Rechnen auf dieser salaminischen Tafel. Hören wir uns mal an, wie ich das letztes Jahr so technologieunterstützt erklärt habe. Sie können auch gerne live mitarbeiten. Sie finden unter dem Video wieder ein GeoGebra-Applet, wo ich das auch gleich mit herzeigen werde, beziehungsweise letztes Jahr hergezeigt habe. Wie stellt man Zahlen in diesem Abakus dar? Wir gucken vielleicht mal links oben. Natürlich war das nicht so, wenn Sie so ein Felder-Abakus haben, dass der da oben so eine arabische 56 angezeigt hat. Das ist jetzt nur für mich, damit wir das besser lesen können. Warum ist hier eine 56? Das funktioniert so. Auf den Linien sind Einer, Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausender. Und zwischen den Linien sind Fünfer, Fünfziger, Fünfhunderter, Fünftausender und so weiter. Also immer wenn ein Plättchen hier liegt, ist das Einswert, Fünfwert, Zehnwert, Fünfzigwert, Hundertwert und so weiter. So, also liegen hier oben liegt ein Fünfziger plus ein Fünfer plus ein Einer ist 56 und liegt ein Fünfhunderter und drei Einer sind 503. Und hier funktioniert das im Prinzip genauso. Hier stehen halt nur die Buchstaben da nicht dran. Also man kann maximal drei Zahlen auf diesem Abakus darstellen. So, jetzt das Abakus addieren funktioniert einfach so, dass man die Dinger hier hoch schiebt. So, jetzt Zub, Zub. Ich muss darauf achten, dass das auf der Linie bleibt, sonst zählt da das nicht richtig. Zub und den Fünfhunderter hier oben hin. So, und jetzt habe ich die Summe gebildet. Und ich bin natürlich auch ein Schlingel. Ich habe das so gemacht, dass es keine Fünferübergänge gab. Das könnte natürlich passieren, wenn ich jetzt unten eine andere Zahl gelegen gehabt hätte, dass hier irgendwo auf der Linie mehr als Fünf liegen. Und dann gibt es eben die Regel, sobald einmal irgendwo mehr als Fünf liegen, nimm vier weg und schieb einen Eins weiter. So, und Subtrahieren funktioniert so ähnlich. Normalerweise schiebt man die dann halt weg. Und wenn man nicht genug wegschieben kann, dann muss man halt eine Spalte weiter nach links schieben und durch Fünf ersetzen. Es gibt immer die Regel, nach rechts schieben heißt, aus Fünf wird Eins und nach links schieben, aus Eins wird Fünf. Und damit kann man dann Subtrahieren und Addieren durch Zusammenschieben oder Wegschieben. Bei Subtraktion würde ich jetzt sagen, ich fange hier mit 559 an. Und wenn ich jetzt sagen, jetzt sagen wir mal, ich ziehe 60 ab, da müsste ich eigentlich ein Sechser und ein Zehner wegnehmen. So, und das geht nicht. Das heißt, ich müsste aus dem Fünfer Fünfhunderter machen und dann könnte ich es machen. Und dann könnte ich es wieder so schieben. Das will ich jetzt mal nicht machen. Ich will noch eben zeigen, wie die Multiplikation funktioniert. Leeres Brett. So, ich nehme auch wieder die total sinnlose Aufgabe vom letzten Jahr. Irgendwer hat da im Video, hat sich irgendwie in den Kommentaren einer beschwert, dass die Aufgabe zu leicht wäre. So, aber egal, ich mache trotzdem wieder dieselbe Aufgabe. Auf YouTube-Kommentare soll man eh nicht hören. So, 103 mal 12 möchte ich mal rechnen. So, ich lege die 12 mal hier hinten hin. Aus Gründen. So, jetzt ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht von diesem Abakus-Multiplizieren, weil 1 hilft es nicht. Kleines 1x1 muss man können. Also, auch am Abakus muss man das kleine 1x1 auswendig können, sonst bringt der einem gar nichts. Ist aber bei einem Stäbchen-Abakus genau dasselbe. Der rechnet einem nicht irgendwie die Multiplikationen von Hand aus. Das Einzige, wozu der hilft, ist, mehrstellige Multiplikationen werden leichter, weil man die Ergebnisse Stück für Stück reinschiebt. So, ich mache das jetzt so, dass ich sage, okay, oben liegt die Zahl, die ich multiplizieren soll. Hier liegt als Gedächtnisstütze die Zahl, mit der multipliziert wird. Und als unteres, in diesem unteren Bereich, lege ich jetzt das Ergebnis. So, jetzt mache ich das genauso wie beim schriftlichen Rechnen, dass ich sage, aha, 12 mal. Also lege ich jetzt erst mal das Zehnfache rein. So, das ist jetzt ja auch relativ leicht abzulesen. Das Zehnfache heißt einfach, ich muss alle Plättchen eine Stange quasi weiterschieben. Gut, und jetzt, damit ich das nicht vergesse, sage ich, okay, der Zehner hat sich schon erledigt. Jetzt muss ich das noch zweimal machen. Das heißt, 2 mal 3, 6. Das heißt, dann lege ich schon mal einen hier hin und einen da hin. Dann habe ich die 6 schon mal drin. Und 2 mal 100 ist 200. Also kommen die hier hin. 1, 2. Ja, und nachdem ich das gemacht habe, kann es halt auch wieder erforderlich sein, dass auf irgendeiner Stange mehr als 5 liegen, dass ich was zur Seite schiebe. Dann kann ich wieder die Zahldarstellung ablesen. Und ist natürlich besonders praktisch, weil ich dann ja nachher mir einfach die Buchstaben quasi da, so oft wie da die Kügelchen drin, muss ich die Buchstaben hinschreiben. Dann habe ich direkt das Zahlwort da stehen. Dieses praktische, elementare Rechnen nennt man seit Geminus von Rodos, so um 100 vor Christus in der griechischen Antike, Logistik. Von der Logistik, diesem praktischen, elementaren Rechnen, grenzt sich die Arithmetik ab. Das ist die Theorie der natürlichen Zahlen, also Zahlentheorie und alle anderen begründenden Aktivitäten, die man eben mit Anzahlen machen kann. Das werden wir so ganz im letzten, fünften Kapitel dann auch noch sehen, dass die Pythagorea da schon einiges gemacht haben. Um die begründenden Aktivitäten als solche wird es dann im nächsten, also dem dritten Kapitel gehen, wo wir so einen kleinen Zeitsprung bereits in die alexandrinische Periode wagen werden. Aber jetzt gibt es erstmal wieder zwei Schnitzel.